Lecker Bierchen, Klaus. Jawohl. Bitteschön. Wie immer. Jawohl. Ja, das wird immer schwieriger. Hello everybody. Welcome on the last boat. Fünf Jahre. Fünf Jahre hart und herzlich. Werde das gedacht. Respekt. Viel Spaß. Seid euch eurer Existenz bewusst. Seid euch eurer Existenz bewusst. Was soll ich sagen? Kommen alte Gefühle hoch. Lang ist es her. Deutschland ist ein Irrenhaus. Aber hier ist die Zentrale. Das letzte Mal, wo wir beide uns einig waren, war auf dem Standesamt. Ja. Guck dir das an, wie es da aussieht. Schlimm. Ich geb nicht auf. Ich mach weiter bis zum bitteren Ende. So sieht's aus, Dagmar. Mit den ganz normalen Menschen. Was mir gefällt, kommt an die Wand. Madonna. Die hat einen schönen Busen. Ich wusste ja nicht, dass ich so tolle Schätze drin hab. So ist das Leben hier. Kotz und beschissen wie ne Hühnerleiter. Das ist Hartz IV live hier. Ich hab keinen einzigen Cent mehr in der Tasche. Auf zum Amt. Weil alles wollen die Geld. Ich glaub, wenn du Forts lässt und die riechen mit, musst du auch noch bezahlen. Ja, ich könnte auch aufhören zu rauchen. Ja, logisch. Könnte ich. Man steht jeden Morgen auf und denkt, ey, was esse ich heute? Ich steh doch auf jetzt. Guten Morgen. Guck mal her, das Ding. Aber ich bin ein Fehlensichter. Da bin ich stolz drauf. Von der Kamera begleitet werden war witzig. Ihr seid die Besten. Absolut coole Zeit. Ihr dürftet jederzeit wiederkommen. Ich bin begeistert davon. Na ja, vielleicht erleben wir noch mein 70. in Potsdam. Vielleicht gibt's ja noch fünf Jahre. Wer weiß.